Hallo liebe Gartenfreunde, Oleander ist eine wunderschöne Pflanze für Balkon und Terrasse. Und wie ihr die Blütezeit durch einen Schnitt verlängern könnt, das erfahrt ihr jetzt. Bis Mitte Juli könnt ihr an abgeblühten Trieben einen leichten Korrekturschnitt vornehmen. Dazu schneidet ihr ihn bis maximal ein Drittel zurück. So könnt ihr euch während der Vegetationsperiode an mehr Blüten erfreuen. Bis zum nächsten Mal.